Wir spielen jetzt einen Moment einspielen, ob er aufnimmt oder nicht, ist es ganz gleich Jetzt würde ich dir vorschlagen, tiefen Lagen, nur so viel Ich mache es nochmal ein paar Hören wir mal noch Jetzt eins Warum? Ich komme ja nicht ab, oder? Wie etwas vorher gemacht haben Jetzt nochmal das, was ich vorher mache Hören, gut hören und genau das noch machen Ich mache es vor Hören zuerst Du hast es so gemacht Mach Mach Du 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 Genau. Und jetzt noch mit klassischem Vibratum. Mit Artikulation und klassischem Vibratum. Genau. Jetzt auch. Und jetzt nicht das Gefühl, du musst reinpusten. Keine Kraft, Geschicklichkeit statt Kraft. Jawohl, heute bist du recht hoch. Achtung, ich weiss nicht, ich würde nicht zu fest gehen. Und vielleicht ganz wenig Schräg geben. Ganz wenig. Ja, okay. Dasselbe Oktavhöge. Also Artikulation und klassischem Vibratum. Ja, ja. Super. Jetzt, wir mal das nochmal. Nachher mit der CD. Wenn der Matsch abpfeiftet wird. Dass man nicht, uffs mal, was ich was mache zum genau das. Die Ruhe bewahren, genau diese Qualität. Also. Die klassische Vibrato ist bis im tiefsten Rohr. Allgemein. Das Rohr bewegt sich so und nicht so. Oder so, wie bist du, nein, einfach so. Dich. 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 klang und ich bin nicht wenn ich weitergehen muss ich kann nicht da und und nicht ich bleibe immer mit dem instrument ruhig quasi in der bockbahn und nicht jedes mal weg weil vibrato ist nicht die hauptsache vibrato ist im klassischen stand bei das gehört zum klang als einfach vibrato selbstständig und keine geschichten machen bei pop bei doines kannst du mit vibrato geschichten erzählen mach hier ein vibrato schlicht einfach spielen schlicht einfach 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 So, Paolo, vieles war gut, was meinst du? Was meinst du? Ist alles gut gewesen? Nein, nein, ich habe es nicht durchgebracht. Es ist aber schön, alles ist einmal gekommen, viel essen. Was willst du noch besser machen, wenn du noch einmal spielen kannst? Ja, noch feiner. Aha, noch feiner. Und, kannst du hier wieder viel Frater machen? M-hm. Tun wir einmal nur die erste Stelle, wo du willst. Oder, wenn du willst, wo du willst. Jetzt einmal nur aufbauen, du kannst dann sicher aufbauen. Gut atmen. Das ist Vibrato. Nur, dass du nicht viel gibst. Schön. So, sehr gut. Jetzt, schon vorher, am Anfang, Vibrato hast du, wo du allein gespielt hast ohne Begleitung, hast du genau das Tempo ruhig rund machen können. Und jetzt, wo die Musik hoch ist, das ist wie wenn du im Fussball macht. Schuss mal geht es los. Wie? Hast du gemeint, wirst du etwas anderes machen? Musst nicht. Nur da. Jetzt, nicht ausmachen. Nein. Ganz. Eins, zwei, drei, vier, eins. Machen wir nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt, nur da nichts schneller, nur eins. Jetzt, nur los, ganz locker da. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ja. Jetzt, Paul, das Selbstvertrauen gewöhnen, das auch wenn die Musik läuft, quasi wenn es schon gilt, genau gleich, das war gut. Das kannst du nicht mehr besser machen, nur genau gleich gut. Sehr gut sein. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Also nichts schneller. ... ... 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Gerade weite Spiegel, schön. Weitere Spiegel, schön. Musik 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 Musik